Mein Name ist Jean-Pierre Krämer. Du musst nicht so schreien, du hast ein Mikro hier. Hallo! Wir suchen im Auftrag von unseren Zuschauern ... Ich schreie! Nein, aber ey ... Heute für Andrea sucht Mercedes. Das Ganze haben wir von 4.500 Euro auf 4.100 Euro. Schau mich nicht an. Wir sind die Best-Pro-Bs! Das Ganze haben wir von 4.500 Euro auf 4.100 Euro! Wir sind die PS-Profis! Das ist Sidney Hoffmann! Das ist Sidney Hoffmann! Sidney Hoffmann! Das ist Sidney Hoffmann! Das ist schon ... Jean-Pierre Krämer. Wir sind die PS-Profis und wir handeln im Auftrag unserer treuen Zuschauer. Wann schreist du so ab da, ey? Haha! Ja, Mann, Word! Weiter, Mann! Und wenn ihr hofft, dass wir euch eine Karre suchen, dann meldet ihr euch unter! Best-Profis! Add Sport1! Punkt! D! Und mit viel Glück seid ihr dabei! Genau! Tschüss, tschüss! So sieht's aus, Digga! ARD Text im Auftrag von Funk